Den jungen D'Artagnan zieht es von der verschlafenen Provinz mitten ins Herz der Nation, Paris. Dort schließt er sich den drei Musketieren des Königs, Athos, Portos und Aramis, an. Doch das Land ist gespalten von Religionskriegen und wird von der britischen Armee bedroht. Daher will das Quartett für mehr Stabilität sorgen, doch zuerst müssen die dunklen Pläne des Kardinals bekämpft werden. Dabei verliebt sich D'Artagnan in eine Vertraute der Königin, wodurch er die Aufmerksamkeit von Milady de Winter auf sich zieht, die es schnell auf sein Leben abgesehen hat. Die drei Musketiere D'Artagnan stammt aus dem Jahre 2023, hat eine Lauflänge von fast exakt zwei Stunden und eine Freigabe ab zwölf Jahren. Gedreht wurde fast ausschließlich in Frankreich an 150 Drehtagen. Da fragt man sich natürlich, was haben die so lange gemacht und wozu haben die so lange gebraucht. Aber man hat hier gleich die Fortsetzung mitgedreht, nämlich die drei Musketiere Milady. Und die Fortsetzung startet dann im Dezember in den Kinos und gespielt wird Milady dann eben von der wunderbaren Eva Green. Mit dabei haben wir hier Vincent Carsell als Athos, dessen Vater schon mal in den 60er Jahren den D'Artagnan gespielt hat. Also das ist auch so eine kleine nette Geschichte am Rande. Und unser D'Artagnan wird dann gespielt von François Siville. Der macht seine Sache eigentlich recht ordentlich. Ich fand den sympathisch und auch ganz nett, wie verliebt er da guckt, als er eben da seine Angebetete zum ersten Mal sieht. Und im Verlauf des Films kommt es dann immer wieder zu ein paar Auseinandersetzungen. Da macht er eigentlich eine richtige gute Figur in den Action- und Stuntszenen. Von seinen Stunts hat er sogar 90% selber gemacht. Das passt. Aber auch in den Dialogszenen fand ich ihn eigentlich ganz glaubwürdig und gut. Des Weiteren haben wir hier noch Romain Dury als Aramis. Der macht seine Sache solide. Genauso verhält es sich dann auch mit Pio Mamay als Portos. Da hat man sich natürlich einen ganz besonderen Kniff wieder einfallen lassen und versucht, diesen Charakter zu modernisieren. Ja, so sagt er tatsächlich in dem Film. Ich liebe alles, was ich auf mein Bett oder an meinen Teller legen kann und... Eine Haxe ist eine Haxe. Ja, tatsächlich. Das ist ungefähr so geistreich wie die Aussage... Loch ist Loch. Tja, was das jetzt noch mit dem respektvollen Umgang des Originalstoffes von Alexandre Dumas zu tun hat und wie man diese Sache einordnet für sich, das könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Der Film beginnt eigentlich richtig gut und auch recht flott. Wir sind gleich mittendrin im Geschehen und so entwickelt sich das angestrebte Duell zwischen D'Artagnan und den drei Musketieren hier zur Mittagsstunde zu einer richtig großen Schlacht und einem hitzigen Gefecht. Und da ist das Ganze so toll gefilmt. Also ich war echt erstaunt. Man hat es so aussehen lassen, als wäre das Ganze in einem Take gedreht. Natürlich wurde da an diversen Stellen immer ein bisschen getrickst, damit es eben so aussieht, als würde die Kamera hier nonstop dem Geschehen folgen und geht einmal schön mitten rein, dreht sich dann aber auch wieder raus, damit wir wieder einen Überblick bekommen. Soundtechnisch ist das Ganze auch wunderbar. Also egal, ob hier mal Schüsse fallen oder eben sich die Schwertklingen kreuzen. Also das macht auf jeden Fall hier richtig Spaß, die erste Szene. Dann verliert der Film sich aber leider in viel Gelaber. Okay, man muss die Story auch vorantreiben und wir wissen, es geht auch um viel Intrigen und so weiter und so fort. Aber dann geht es dann wieder in die nächste Actionszene rein oder wenn Arthos jetzt hier diese Intrige an den Hals geworfen wird, dass er jemanden umgebracht hat, er dafür vor Gericht kommt und zum Tode verurteilt wird, dann wird das mit zu trauriger Musik auch untermalt und in Slowmotion. Aber das geht alles so schnell und wir haben den Charakter überhaupt noch nicht kennengelernt, als dass wir hier irgendwie mit ihm mitfühlen können. Erst danach entwickelt sich so dann auch dieses Band zwischen D'Artagnan und Arthos und dann ist das Ganze wieder etwas besser gelungen, geht dann wieder in die nächste Actionszene rein, die dann aber leider nicht mehr so gut in Szene gesetzt wurden wie diese erste tolle Szene. Die war wirklich absolut sehenswert. Wir haben hier eine Neuinterpretation des Stoffes, relativ modern gemacht, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Aus technischer Sicht sieht das absolut hervorragend aus. Wir haben über den kompletten Film einen braunen Ton gelegt, der so dieses Schmutzige der damaligen Zeit noch etwas mehr unterstreicht. Alles sieht irgendwie so gleich mit dem Boden und so erdig aus. Die Gesichter sind immer voller Dreck, aber das wirkt authentisch. Das fand ich gut. Genauso die Kulissen im Film, die fand ich auch sehr gut und überzeugend. Und genauso verhält es sich dann auch mit den Kostümen. Also da hat man sich wirklich viel Mühe gegeben. Das war wunderbar. Etwas, was mich an dem Film hier gestört hat, war, dass zwischenzeitlich eben Englisch gesprochen wird. Ja, es gibt ja auch immer Stress mit den Briten hier und das passt irgendwie nicht so in dem Film mit herein. Gut, in anderen Filmen lässt man auch immer die Leute so sprechen, wie sie naturgemäß eben reden. Aber die unterhalten sich dann auch hier mit den Franzosen und dann sprechen die auch Englisch. Also das passt irgendwie nicht ganz gut zusammen. Das hätte man noch anders lösen können. Insgesamt fand ich den Film ganz ordentlich. Also ich habe mir da schon etwas mehr versprochen, nachdem ich den Trailer gesehen habe und nachdem der Film hier so gut begonnen hat. Leider hat der Film trotz eben seiner Schauspieler, die alle gut sind und auch diesen tollen Kulissen und Kostümen leider irgendwie wenig Charme. Und da guckt man mal auf die bisherigen Verfilmungen, wie zum Beispiel die Filme mit Richard Chamberlain oder aber auch die Interpretation mit Kiefer Sutherland und Charlie Sheen oder aber auch eben der Mann in der eisernen Maske. Dann hatte das Ganze ein bisschen mehr Charme und auch mehr Stil irgendwie. Und das habe ich eben in Die drei Muskeltiere d'Artagnan vermisst. Mal gucken, wie es dann im Dezember weitergeht mit My Lady und Eva Green. Mal gucken, ob dieser Film dann vielleicht noch auf andere Weise überraschen kann. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine lieben Filmfreunde. Und Servus.